Sie sind Seemänner und Zöllner zugleich. Festhalten! Okay, geht raus! Abwärts! Auslösen! Sie retten Leben auf hoher See. Man über Bord! Man über Bord! Steuerbordseite! Und sie jagen Schmuggler. Wir müssen davon ausgehen, dass das Schmuggelgut von den Schiffen runtergeschmissen wird. Im Moment überprüfen meine Waffe auf Sicherheit und laden sie. Ihr schnellstes Boot ist die Buchhorn. Den holen wir uns jetzt mal, das Motorboot. Die Borkum ist ihr größtes Schiff. Rücker, Ripp! Wir kommen zurück! Ja, verstanden. Sie sind bei Wind und bei Wetter im Einsatz. Was macht der denn da? Was zieht der was raus oder was? Die Männer vom deutschen Wasserzoll. Kuxhafen an der deutschen Nordseeküste. Hier liegt die Borkum verteut. Das Flaggschiff der Kontrolleinheit See des deutschen Zoll ist 49 Meter lang, knapp 20 Meter breit und wurde 2010 in Dienst gestellt. Der Zollkreuzer und seine 14-köpfige Besatzung gehören gleichzeitig zur deutschen Küstenwache. Die Borkum ist ein hochmodernes SWAT-Schiff und hat einen Doppelrumpf. Das Wort bedeutet ausgesprochen Small Water Plane Area Twin Hall. Sinngemäß geht es darum, dass auf der Wasseroberfläche eine geringe Schiffsfläche ist. Das Charakteristische ist, dass die Stützen mit dieser schmalen Fläche ins Wasser gehen und unten drunter, was man hier nicht sieht, sind die eigentlichen Auftriebskörper, die Schwimmer. Die sehen aus, kann man vergleichen mit einem Torpedo, nur wesentlich größer. Und auf diesem Auftritt lastet das ganze Schiff. Und deswegen schwimmt das Schiff ruhig. Das hochseetüchtige Schiff ist mit neuster und teilweise streng geheimer Überwachungstechnik ausgerüstet. Es verfügt über ein Windsteck, von dem aus Personen und Material von einem Hubschrauber auf- und abgeseilt werden können. Auf der Kommandobrücke sind die Arbeitsplätze des Kapitäns und der Offiziere. Von hier aus wird das Schiff gesteuert. Im Grunde ist der Kapitän hier nur zur Überwachung von allem, was wir hier machen. Er ist die hauptverantwortliche Person hier an Bord natürlich. Und wenn er hier oben auf Brücke ist, dann sitzt er immer ganz gerne hier. Aber im Grunde sagt dieses Ruderrad eigentlich mehr aus, als es wirklich ist. Also von diesem Ruderrad aus wird dieses Schiff relativ selten gesteuert. Wir steuern entweder mit diesem kleinen Joystick oder mit diesem Zeitsteuer. Bevor es rausgeht auf hohe See, checken die technischen Offiziere im Hauptschaltraum dieses Thema. Also wir fahren mit dem Vierer. Mit dem Vierer. Okay, Frischgewasser. Okay. Jetzt Vierer ist auch da. Ja. Wir bereiten jetzt den Start-Hauptmaschinen vor. Das sind auch die Dieselgeneratoren. Ziergewasser, Frischgewasser, die Lüftungen alle auf Automatik stehen, weil das ist ein Kriterium für den Start. Ja. Und wenn das alles auf grün ist, dann geht's los. Jetzt fährt der zweite technische Offizier per Touchscreen die Maschine hoch. Dieser Motor startet, fährt auf seine Nenndrehzahl hoch, wo Frequenz und Spannungshöhe den Manischungen angeglichen werden. Und wenn das alles gegenseitig stimmt, wird's leicht. Na, vielleicht nochmal. Gut, das war's. Wir sind jetzt auf Eigenbetrieb. Der erste Offizier macht oben neben der Kommandobrücke den Nockenfahrstand auf der Backbordseite klar. Ich kann von hier aus das Ruder bedienen, ich kann die Maschinenanlage bedienen und ich kann das Buchschlagruder bedienen und ich kann funken. Und kann praktisch das Schiff von hier aus rein seemännisch fahren. Für solche Fortbewegungen wie hier raus zur Schleuse hin, ist das hier am optimalsten, weil ich hab den ganzen Überblick, wo das Schiff zu Ende ist. Chief Frank Schmieder kontrolliert zwei Decks tiefer, einen der beiden Maschinenräume. Hier wird der für die Motoren benötigte Strom erzeugt. Das ist dieses elektrische Schiff. Wir haben von diesen Generatoren vier Stück. Jeder Motor hat ungefähr so knapp 3000 PS. Wir haben eine elektrische Leistung ungefähr alles zusammen von 8,2 Megawatt. Wenn wir alle anhaben. Das sollte reichen für eine Geschwindigkeit von ungefähr 20 Knoten. 20 Knoten entsprechen gut 37 kmh. Die E-Motoren treiben dann die Schiffsschrauben an. Auf dem Windsteck kümmert sich der erste Offizier um ein wichtiges Ritual. Wir setzen die Bundesdienstflagge in die Gaffel. Die Borkum muss im Einsatz als Schiff einer Bundesbehörde erkennbar sein. Kapitän Ingolf Kutschiers übernimmt am Norkenfahrstand das Kommando. Der erste nautische Offizier meldet den Zollkreuzer in der Leitstelle ab. Cuxhaven-Lok, Cuxhaven-Lok, das Zollschiff Borkum. Schönen guten Abend. Borkum, Lok hört. Soll es losgehen? Ja, wir sind beim Ablegen. Ja, okay. Die Tide in der Elbmündung steht jetzt günstig für das Schiff. Es ist Flut und die Borkum hat genug Wasser unterm Bug. Acht Tage lang werden die Männer in der Nordsee patrouillieren. Das kann vor allem bei Sturm und bei Kälte ziemlich ungemütlich werden. Die Mannschaft ist erfahren und hat schon alles mitgemacht. Hey, ist ja schon grün. Ja, alles offen. Der Kapitän muss die Borkum jetzt unbeschadet durch die Seeschleuse Cuxhaven bringen. Die ist zwar 190 Meter lang, aber nur 24 Meter breit. Die Borkum hat auf jeder Seite weniger als zwei Meter Platz. Und das ist eng. So, hier vorne hast du drei Meter. Vorne langsam abnehmen. Zwei. Armin, passt vorne. So sieht das gut aus. Mit der Arsch müssen wir noch ein bisschen rum. Ja, ein Stück noch Backbord mit dem Arsch. Jetzt sind wir parallel so. Ja, parallel, wunderbar. Vorne immer noch zwei. Sechs Meter zum Baller. Sechs Meter. Drei. Drei. Und null. Fest, sich sprengen! Fest! Die Parkposition ist erreicht. Das Schleusentor kann schließen. Jetzt wird das Wasser um zwei Meter bis auf Meereshöhe abgesenkt. Das dauert in Echtzeit knapp zehn Minuten. Dann öffnet der Schleusenwärter das vordere Tor und der Kapitän kann den Zollkreuzer in Richtung Nordsee steuern. Schleusentor ist passiert. Ich tröte mal. Ja. Man macht innerlich drei Kreuze, wenn man durch ist. Bei dem Wetter ist das kein Problem. Aber wenn man so Windschlärke acht hat und dann den Wind von der Seite bei der Angriffsfläche hier, da ist das schon eine kleine Herausforderung. Auf der Brücke hat jetzt der dritte Offizier, kurz 3NO, das Kommando übernommen. Es herrscht absolute Dunkelheit, damit er die Positionslichter anderer Schiffe genau erkennen kann. Unsere geplante Strecke ist jetzt hier an der Küste rauszufahren. Da sind wir auch eben polizeilich unterwegs und kontrollieren, dass dort die Fahrzeuge sich regelkonform verhalten. Und ab 0 Uhr werde ich von dem 2NO abgelöst. Also wir haben immer vier Stunden Wachen, vier Stunden Wache, vier Stunden Bereitschaft, vier Stunden frei, wenn man so will, an Bord. Die erste Nacht verläuft ohne besondere Zwischenfälle. Der Bodensee am Dreiländereck, Deutschland, Österreich und Schweiz. In Friedrichshafen treten die Männer der Kontrolleinheit 32 ihren Dienst an. In der Zollboothalle liegt die Buchhorn, das Einsatzfahrzeug der Beamten. Sie machen das Boot klar zum Auslaufen. Zollkapitän Gepard Steib leitet die Kontrolleinheit. Seien wir gegrüßet. Wir fahren jetzt raus. Nur, dass ihr wisst, wir sind draußen. Der Kapitän hat den Einsatz in der Funkleitstelle angemeldet. Peter Weidlich ist der leitende Maschinist und fährt seit fünf Jahren auf der Buchhorn. Das sind zwei V8 MAN mit über 1000 PS, beide zusammen, Turbolader. Wir haben Jetantrieb, das heißt Wasser wird angesagt und wieder rausgedrückt. Das macht den Vortrieb, macht eine Geschwindigkeit von 73 Kilometer in der Stunde. Das ist sehr schnell auf dem See. Vor jeder Einsatzfahrt checkt er Öl und Kühlwasser. Das ist äußerst wichtig bei den sensiblen Hochleistungsaggregaten. Jeder Zollbeamte verfügt ja entweder über eine technische oder eine nautische Zusatzausbildung. Ich habe wieder einen Haufen Seegras vorne, das müssen wir erst noch wegmachen. Maschinist Thilo Brötz kümmert sich um die Antriebsdüsen. Wenn das Seegras beim Starten der Maschinen eingesorgt wird, kann das den Jetantrieb außer Gefecht setzen. Das ist eigentlich immer so ein unermüdlicher Kampf. Hat man das gestern gemacht, ist das wieder morgens da. Damit wir halt da sicher unsere Dienstfahrt antreten können, wird das erstmal weggemacht. Es ist leichter und einfacher, jetzt das zu entfernen, anstatt später was zu reparieren. Maschine klar. Die Leinen los, wir legen ab. Die maximale Besatzungsstärke der Buchhorn liegt bei sechs Mann. Laut Dienstvorschrift müssen für die Einsatzbereitschaft mindestens ein Nautiker und ein Techniker an Bord sein. Das Jetboot, Baujahr 1989, war früher auf der L-Bahn der innerdeutschen Grenze eingesetzt. Ursprünglich für Fahrten auf ruhigen Flüssen konstruiert, mussten für den neuen Standort Außenhaut und Spanten nachgerüstet werden. Denn durch den Wellengang bei Sturm wirken auf dem Bodensee deutlich höhere Kräfte auf den Rumpf. Zwei bis dreimal in der Woche wird die Buchhorn vollgetankt. Hier müssen wir jetzt erstmal ablesen, wie viel wir im Tank drin haben. Noch ganz altgebrachte Methode. Hier haben wir einen Peilstab, wir peilen jetzt quasi den Tank. Und hier haben wir Zahlen drauf, das sind Literangaben. Und dann sehen wir, wie viel wir drin haben. Dann sind wir bei 330 Liter. Peter? Ja? 330 Liter im Tank. Nicht mal halb voll. Der Tank fasst 800 Liter Dieselkraftstoff. Das reicht für knappe 20 Stunden Einsatzfahrt. 40 Liter die Stunde, legt man die Hebel auf den Tisch, dann gehen auch mal 60 Liter die Stunde durch. Ja, also es ist nicht zu knapp, was durchläuft. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass jeweils eine Maschine von 510 PS drin ist. Die hat Durst. So, jetzt ist voll. Das 13 Meter lange Zollboot hat nur einen halben Meter Tiefgang und gleitet deshalb mit geringem Widerstand geschmeidig auf der Wasseroberfläche. Das Wasser wird vom Jetantrieb mit einem Druck von 1,5 Tonnen aus den Düsen gepresst. Die Buchhorn ist schnell und wendig und kann in Ufernähe und auch in flachem Wasser operieren. Sie ist das schnellste Boot des deutschen Zoll. Bei Umkehrschub bremst die Buchhorn aus voller Fahrt extrem schnell ab. Wir nehmen das ganze Spektrum eines jeden Zollbeamten wahr, bis hin zur grenzpolizeilichen Kontrolle. Wo haben wir irgendwelche Trefferquoten? Das ist steuerlich gesehen der zollredliche Besitz von Fahrzeugen. Das heißt, hat eine Person ein Schiff im Ausland gekauft und hat er es hier im Gebiet der Gemeinschaft versteuert. Es muss nicht immer die große Sportjacht sein. Es reicht auch schon, wenn man zum Beispiel ein kleines Segelboot mit einem dementsprechend eventuell neuen Segel sieht. Aber auch unsere Stichproben sind dahingehend auch schon sehr erfolgreich, dass wir uns die Bootspapiere zeigen lassen und uns einfach die Herkunft interessieren. Die Buchhorn operiert hier an der EU-Außengrenze Deutschland-Schweiz. Nach wenigen Minuten fällt den Zöllnern ein schnelles Motorboot auf. Den holen wir uns jetzt mal, das Motorboot. Und checken den mal durch. Geppert Steib gibt Gas. Ein Boot ist den Zöllnern wegen seiner hohen Geschwindigkeit aufgefallen. Auf dem Bodensee sind 40 kmh erlaubt und das Sportboot dürfte um einiges schneller sein. Das Sportboot hat gegen die Buchhorn keine Chance. Nach zwei Minuten haben es die Zöllner gestellt. Ich möchte eigentlich von Ihnen nur wissen, wer der Eichner ist und würde gerne die Papiere vom Boot sehen. Alles klar. Ich reich mit dem Netz rüber, da können Sie mir das reintun. Ja. Also kontrollieren wir das. Alles klar. Machen Sie die Maschine aus. Wir kommen zu Ihnen dann. Haben wir hoffentlich nicht den Tag versaut. Normalerweise kostet das über 50 Euro, wenn man angehalten wird. Deshalb bin ich eigentlich jetzt schon. Wie schnell waren wir denn? So. Nicht so schnell, ne? Nein, nein. Also ganz nach und aus. Einfach reinlegen. Vielen Dank. Kleinen Moment. Sie sind aus Lindau, oder? Aus Lindau. Das interessiert uns jetzt halt einfach. Ist es jetzt ein Schweizer Boot und hätte es beim Zoll vorgeführt werden müssen, verzollt werden müssen in dem Sinn und das tut der Kollege jetzt gerade testen. Sie können ein Boot in der Schweiz kaufen, beim Landratsamt zulassen, Sie kriegen eine Kennung, da wird nicht nachgefragt, waren Sie beim Zoll. Ein Boot kostet um den Dreh so 35.000 bis 40.000 Euro. Und dann rechnen Sie die 19% Mehrwertsteuer. Und wenn Sie dann Yachten hernehmen, da liegen wir dann bei 300.000, 400.000 Euro. Und dann kann man sich ausrechnen, was da für Kosten auf einen zukommen. So, wie sieht es aus, Peter? So weit, klar. Die Funküberprüfung der Papiere ergab keine Auffälligkeit. Der Besitzer hat das Boot in Deutschland gekauft und in Deutschland auch die Umsatzsteuer bezahlt. Alles in Ordnung. Die deutsche Nordseeküste bei Cuxhaven. Die Borkum kreuzt weit draußen auf hoher See. Das Einsatzgebiet des Zollschiffes umfasst 41.000 Quadratkilometer. So groß ist der deutsche Anteil an der Nordsee inklusive der sogenannten deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone. Hier baut die Bundesrepublik Rohstoffe ab und betreibt Windparks. Wo die Borkum überall kreuzt, plant Ralf Preisacher von der Generalzolldirektion. Die Borkum fährt je nach Auftrag entweder vor die ostfriesische Küste und stoßen dann hier an der Grenze der Niederlande bis oben hoch in den Entenschnabel, fahren dann hier an der nördlichen Grenze Richtung Hoheitsgebiet wieder zurück und fahren dann hier wieder runter. Und je nachdem, wie viel Zeit noch ist, fährt man dann auch nochmal gerne einen Stich wieder in die Mitte der ausschließlichen Wirtschaftszone. Am Heck des Schiffes werfen der 1NO und ein Kollege unangekündigt Dummy Heimi über Bord. Der wiegt 60 Kilogramm. Mann über Bord, Mann über Bord, Steuerbordseite. Mann über Bord, Mann über Bord an Steuerbordseite. Ripp klar machen zum Aussetzen. Die Borkum dreht für das Seenot-Rettungsmanöver bei. Auf der Brücke macht der 1NO den Nockenfahrstand an der Steuerbordseite klar. Jetzt kommt es darauf an, dass die Besatzung das Rettungsboot schnell ins Wasser bekommt. Denn jede Minute kann im Ernstfall über Leben oder Tod entscheiden. Damit die Männer an Bord den Verunglückten nicht aus den Augen verlieren, wird dessen Standort von Beamten auf dem Muinsteck angezeigt. Bist du klar? Ich bin klar. Ripp ist klar zu aussetzen. Ich bin klar. Hast du sie? Ja, da, hauptsächlich. Einer muss immer drauf gucken. Guckst du drauf, André? Ja. Und zum Wasser, geht los. Faschau. Festhalten. Wie genau? Guckst du raus? Guckst du raus? Ja. Abwärts. Kannst du den auslösen? Na? Auslösen. Und vorne weg. Fahrer Jan Meiners hat auf dem RIP das Kommando. RIP bedeutet Richard Inflatable Boat. Das ist die englische Bezeichnung für Festrumpfschlauchboot. Das Rettungsteam bereitet für die Aktion das Seenotbergungsnetz vor. Das RIP ist stabil, wendig und fast 80 kmh schnell. Und ist deshalb auch schnell bei dem Verunglückten. Guck mal die Hand. Ich hab ihn. Ja, hab ihn. Ja, hab ihn. Einen 60 Kilogramm schweren Körper zu bergen ist Schwerstarbeit. Im Ernstfall würden die Beamten jetzt wieder belebende Maßnahmen einleiten. Bei Dummy Heini ist das natürlich nicht nötig. Kann ja immer passieren, dass mal einer über Bord geht und dann kommt es natürlich darauf an, dass der Ablauf recht zügig geht. Und deswegen muss das auch immer geübt werden. Das muss so im Fleisch und Blut übergehen, dass die Kollegen gar nicht überlegen, sondern das muss automatisiert ablaufen. Die Besatzung des Beibotes kehrt nach der Manöver-Bordübung zur Borkum zurück. Der Rumpf des RIP ist mit Kunststoff verstärkt. Dadurch ist es leichter und hat bessere Auftriebseigenschaften als ein gewöhnliches Boot. Es ist fast unsinkbar und kann auch bei schlechtem Wetter und schwerem Seegang eingesetzt werden. Das Aussetzen und Einholen des RIP mit dem Kran ist ein anspruchsvolles Manöver, was aber für die Besatzung der Borkum zum Alltag gehört. Laut Vorschrift muss das Mann-über-Bord-Manöver nach jedem Mannschaftswechsel mindestens einmal geübt werden. Auf der Borkum ist das alle acht Tage der Fall. Die Männer der Borkum retten immer wieder Leben. Diese spektakulären Originalaufnahmen des Zoll zeigen die dramatische Rettung eines schwer verletzten Seglers. Der Mann war alleine mit seiner Jacht unterwegs und hatte den Großbaum an den Kopf bekommen. Dabei erlitt er einen Schädelbasisbruch und wurde bewusstlos. Das Boot trieb führerlos in der rauen See und drohte zu kentern. Die Borkum kam rechtzeitig, um den Mann zu retten. Mit Unterstützung von Bundespolizisten, die gerade an Bord des Zollkreuzers waren, konnten sie den Schwerverletzten bergen und dann die Erstversorgung durchführen. Jedes Schiff auf dem Meer sollte unbedingt Seenotsignale mitführen, um im Notfall auf sich aufmerksam zu machen. Gehörschutz auf! Ein rotes Notsignal bedeutet Hilfe. Jedes andere Schiff ist verpflichtet, sofort zur Hilfe zu kommen. Ein grünes Signal bedeutet alles okay. Ein weißes Vorsicht aufpassen. Die Männer der Borkum sind regelmäßig an Seenotrettungsaktionen beteiligt. Doch das ist nur eine der vielfältigen Aufgaben des Zollkreuzers. Wir haben eine Einsatzmeldung bekommen, eine Gewässerverunreinigung. GVU, festgestellt vom Satelliten. Die Daten vom Satelliten haben wir auch schon bekommen. Hier sieht man die Position. Verschmutzung soll 10,4 Kilometer lang sein und 0,42 Kilometer breit. Jetzt laufen wir die Position an. Knapp zwei Stunden benötigt der Zollkreuzer ab jetzt zum Einsatzgebiet. Die Borkum bekämpft den Drogen- und Waffenschmuggel. Zugleich ist sie als deutsche Küstenwache unter anderem, als Schifffahrtspolizei und zur Grenzsicherung im Einsatz. Außerdem ist sie für die Fischereikontrolle und den Umweltschutz zuständig. Kapitän, wir sind jetzt an der Position, wenn wir so ein bisschen Streifenbilderung da drüben, da so ein bisschen rüber. In der Regel ist es Eidöl, also Sprichschmutzöl, die die Fahrzeuge ablassen. Oder wenn es Tanker sind, die den Tank gewaschen haben, dass da Rückstände aus dem Bord skreben. Das Ablassen von Schweröl im Meer ist eine schwere Umweltstraftat. Bootsmann Jan Marowski und sein Kollege schauen sich den Film auf dem Wasser genauer an. Vom Hauptdeck aus haben sie den besten Blick. Ich kann den Streifen hier sehen, ja. Ist gut zu erkennen. War das eine Sattaufklärung? Ja, eine Sattaufklärung. Jetzt müssten wir gleich drüber sein, richtig? So steuerbar sind wir drin, ne? Ja, richtig. Aber jetzt ist mit einem Auge so, ist kein Teppich zu erkennen. Wie sieht es denn von oben aus? Also wir sind jetzt mit Steuerbordseite faktisch drin. Ja, wenn ich weiter weg gucke, kann ich den Streifen auch sehen. Aber wenn wir jetzt direkt runter gucken, ist kein Ölfilm zu erkennen. Riechen kannst du auch nicht, ne? Nein, auch kein Geruch negativ. Ich würde das als eigen deklarieren hier. Gut, dann brechen wir hier ab. Sieht ganz danach aus, als ob das Algenteppich wäre. Das sind so Schwebstoffe. Wenn die Sonne so schräg ins Wasser scheint, kann man diese Schwebstoffe sehen. Die verändern halt die Oberflächenstruktur. Das kann der Satellit nicht unbedingt erkennen. Der sieht halt nur diesen Teppich. Deswegen fahren wir dann vor Ort und erkunden, was es nun wirklich ist. In dem Fall kein Öl. Wegen der Erwärmung der Nordsee durch den Klimawandel bilden sich immer häufiger riesige Algenteppiche. Durch die strenge Überwachung hat sich die Anzahl der Umweltstraftaten aber drastisch reduziert. Trotzdem muss die Borkum jedem Verdacht nachgehen. Zurück am Bodensee. Hier ist die Besatzung der Kontrolleinheit 32 mit ihrem Jetboot im Einsatz. Die Motoren mit ihren zusammen mehr als 1000 PS machen die Buchhorn zum schnellsten Boot des deutschen Zoll. Wenn man mal jetzt hier so rüber guckt, dann sehen wir hier die Drittlandsgrenze, die Schweiz. Das ist ja eine EU-Außengrenze. Die muss auch bestreift werden von uns. Und ja, im Rahmen von unseren zusätzlichen Aufgaben zeigen wir hier auf dem Bodensee halt Flacke. Neben ihren grenzpolizeilichen Aufgaben bekämpfen die Männer den Schmuggel. Aber Drogen oder Waffen finden die Zöllner auf dem Bodensee eher selten. Ich gucke mir auch die Bootskennung an, die Zulassung quasi. Wo kommen die Boote her? Wo sind sie angemeldet? Hier sind richtige Werte unterwegs, muss man sagen. Da reichen keine 200.000. Hier geht es um den Schmuggel der Reichen und Schönen. Schwarzgeld, das in bar von Schweizer Konten nach Deutschland gebracht wird. Oder teure Sportboote und edle Luxusjachten, für die die Einfuhrumsatzsteuer hinterzogen wurden. Das Zollboot folgt einer Yacht mit Schweizer Beflaggung zu einer Bootstankstelle in den Yachthafen bei Langenhagen. Gut. Der Bootsführer ist mit seinem Schiff sozusagen über die grüne Grenze in die Europäische Union und die Bundesrepublik eingereist. Grüß Gott. Hallo, grüß Gott, deutscher Zoll. Wir machen eine Zollkontrolle. Dann hätte ich gerne die Zulassung gesehen und die Ausweise von allen am Berg befindlichen Personen. Sie sind allein. Sie sind allein, also okay. Die Beamten kontrollieren, ob die Yacht auch wirklich in der Schweiz zugelassen ist und ob gegen den Bootsführer in Deutschland etwas vorliegt. Dürfte ich den Einblick kurz reinwerfen? Sie hatten gesagt, Sie sind alleine? Ja, sicher. Ja, ich würde dann hier auf die Fußmatte, ja? Okay. Dankeschön. Ich wollte mich einfach nur davon überzeugen, und der Kollege, der macht ja jetzt dann weiter, der hat die Papiere, der checkt das kurz die Sache. Dann können Sie jetzt in Ruhe erstmal tanken, dass Sie Ihre Sache erledigen, ja? Ja, okay. Wunderbar. Mir ging es hauptsächlich darum, stimmen die Angaben überein, ist eine Person nur, oder sind sogar vielleicht mehrere, die, wenn sich dann verstecken würden, eventuell was auf dem Kehrpolster. Das darf für Bode an 2202 kommen. Auffrage 19. Verstanden und Ende mit Centis. Ich habe jetzt einfach seine Personalien überprüft, ob er bei uns im Verhandlungsbestand ist und die Person ist negativ. Auch die Papiere, auch das Schiff, da gibt es jetzt keinerlei Bedenken, dass da irgendwelche Unregelmäßigkeiten vorliegen. Die Zöllner kontrollieren auch regelmäßig Yachten, die am Liegeplatz festgemacht sind. Dann gucken wir mal. Das sieht alles gebrauchter aus, älter. Vor allem nach neuen und hochwertigen Booten suchen die Beamten. Geppert Steib kennt die meisten Yachten auf dem Bodensee, daher fällt ihm ein neues Schiff schnell auf. Guck, das wäre jetzt auch ein relativ neues Schiff, den schreibe ich mir jetzt mal auf. Ja, das sieht interessant aus. Soll ich dir die Kennung durchgeben? Kannst du machen. 5, 3. 5, 3. Richtig. Okay, danke. Das ist ein relativ neuwertiges Boot. Das sieht ja aus wie frisch aus dem Laden gezogen. Stellt mit Sicherheit auch einen horrenden Wert dar. Das bekommen Sie nicht zum Preis von einem PKW. Leider ist jetzt niemand an Bord. Sonst hätte ich jetzt versucht, direkt über den Eigner Erkenntnisse zu gewinnen, wo das Boot gekauft wurde. Und wir checken das jetzt über den Eigner. Der muss uns jetzt entsprechende Unterlagen vorlegen und uns erklären, dass dieses Boot versteuert ist. Bei einem Kaufpreis von einer Viertelmillion beträgt die Umsatzsteuer rund 40.000 Euro. Bei solchen Summen kommt manch einer in Versuchung. Doch der Zoll ist wachsam. Das Zollschiff Borkum kreuzt in der Deutschen Bucht. Von der Kommandobrücke aus steuert 3NO Olaf Schüler das Schiff. Es ist Vorschrift, dass der Offizier am Hauptfahrstand von mindestens einem Beamten unterstützt wird. Meine Aufgabe ist, den aktuellen Sachverhalt zu dokumentieren und jetzt auch, weil der Offizier ist jetzt gerade abgelenkt mit anderen Aufgaben und ich bin jetzt dafür da, eine Sicherheit zu gewährleisten. Einer der vier Elektromotoren hat Alarm ausgelöst. Das Kontrollsystem zeigt einen Druckabfall im Seewasser-Kühlsystem an. Der Motor muss abgeschaltet werden, damit er nicht überhitzt. Chief Frank Schmieder ist als leitender technischer Offizier dafür verantwortlich, dass das Problem sofort behoben wird. Mit zwei Technikern steigt er in den untersten Bereich des Schiffrumpfes hinab. Wir fühlten uns hier im Schwimmer, ungefähr 3,5 Meter unter der Wasseroberfläche. Die Beamten heben den massiven Deckel von einem Durchlaufbehälter mit einer Seilwende an. Das Seewasser wird angesaugt und dann als Kühlwasser für die Maschinen genutzt. Der Chief sieht sich den Seewasserfilter genauer an. Wir haben den übertroffenen Filtereinsatz rausgezogen aus dem Seewassersystem, haben festgestellt, dass er doch ziemlich ringsherum belegt war mit Drückständen, Settimenten oder auch Tierresten. Und das kann dann schon reichen auf der Fläche, dass der Seewassertruck so weit abnimmt, dass oben zu wenig Wasser ankommt. Kleine Ursache mit großer Wirkung. Algen, Schalentiere und kleine Fische können der mächtigen Maschine ganz schön Ärger machen. Der Chief hat den Fehler gefunden und behoben. Der Kühlwasserdruck ist wieder okay. So, jetzt hat sich das erstmal alles wieder eingependelt hier. Und das ist auch gut so, denn die Borkum hat gleich ein spektakuläres Rendezvous mitten in der Nordsee. Wir wollen ein Winschmanöver mit der Marine durchführen. Wenn so ein Manöver durchgeführt wird, darf keiner mehr in den Aufbauten sein. Es sind eigentlich alle involviert. Wir haben unser Einsatzboot in Bereitschaft, falls was passiert, dass wir das sofort aussetzen können. Bei diesem riskanten Manöver auf hoher See gilt für die Mannschaft Alarmbereitschaft. Wenn der Hubschrauber kommt und hier über uns schwebt, kann ja immer was passieren. Dass er einen Schaden hat, irgendwas kaputt ist, dass er abschmiert. Und er versucht natürlich nicht auf Deck zu fallen. Er versucht dann in die See zu gehen. Für alle Fälle machen die Männer die Feuerlöschanlage klar. Der Zollkreuzer ist mit einer Löschkanone ausgestattet. Originalaufnahmen eines spektakulären Löscheinsatzes. Als dieser Kutter brennt, ist die Borkum als erstes Schiff vor Ort. Der Fischkutter war für Tauch-Exkursionen umgebaut. Die dreiköpfige Crew ließ den Herd an, als sie tauchen ging. Als sie auftauchten, können die Männer mit ansehen, wie die Borkum den Brand auf ihrem Schiff löscht. Die drei Taucher werden gerettet, der Kutter sinkt. Ein Hubschrauber der Bundesmarine fliegt das Zollschiff Borkum in der Nordsee für ein Winch-Manöver an. Der Hubschrauber-Pilot gibt uns dann unseren Kurs und unsere Geschwindigkeit vor, die wir fahren sollen. Für den Hubschrauber ist das immer wesentlich einfacher, wenn wir gegen den Wind fahren und er auch eine bestimmte Geschwindigkeit hat, mit der er bei uns ranfliegen kann. Die Brücke steht mit dem Piloten in Funkkontakt. Als erstes lässt der Winch-Man das Erdungskabel runter. Durch seinen Rotor beim Anflug lädt er sich elektrostatisch auf. Und wenn er den Draht dann runterlässt, ist das wie eine Spule. Und da ist eine richtige Ladung drauf. Und deswegen muss der geerdet werden. Diese Spannung muss abgeleitet werden. Und das ist auch richtig mächtig gewaltig. Das ist ein bisschen mehr noch, als wenn man zu Hause in eine Steckdose fasst. Bei einem Rettungseinsatz lässt sich ein Besatzungsmitglied des Hubschraubers abwinschen. Dieses sichert und versorgt die verunglückte Person und garantiert einen sicheren Ablauf beim Aufwinschen. Das kann an Deck eines Schiffes, auf einer Rettungsinsel oder auch direkt im Wasser passieren. Zu Trainingszwecken wird sich gleich der erste Offizier der Borkum in den Hubschrauber ziehen lassen. Das ist erstmal für uns wichtig, für pure Eigensicherung bei unserem Bord. Wir fahren ja in Einsatzgebiete, wo man nicht einfach so nach Hause fahren kann oder einen Rettungswagen holen kann. Da kommt ein Hubschrauber und wird den Verletzten bei uns ausfliegen. Sei es jetzt ein Herzinfarkt oder ein offener Bruch oder irgendwas. Oder für große Havarien könnten wir auch Ärzte oder Pfleger hier einfliegen lassen. Jetzt ist der Zollbeamte dran. Mit dem Bergekorb werden stark traumatisierte und verletzte Personen aufgewinscht, für die eine Rettung mittels Seil und Schlinge nicht in Frage kommt. Der Korb ist ein sicheres Bergungsmittel. Trotzdem kann einem bei Windstärke 6 und Böen in schwindelnder Höhe über offener See ganz schön mulmig werden. Die Seaking Marine Hubschrauber werden hauptsächlich für Such- und Rettungsmissionen eingesetzt, operieren aber auch als Transporthubschrauber und setzen Spezialkräfte der Bundeswehr in Krisenregionen ab. Der Seaking verfügt über zwei insgesamt 3000 PS starke Turbinen, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 252 kmh und ist mit einem schweren Maschinengewehr bestückt. An Bord des Hubschraubers hat während der Operation der Winchman über Bordfunk das Kommando. Der Pilot im Cockpit muss sich blind auf seine Anweisungen verlassen können, da er die Einsatzstelle unter dem Hubschrauber nicht sieht. Der Pilot muss die Maschine ruhig über dem Schiff halten. Alles ist gut gegangen. Der Erste Offizier ist wohlbehalten an Bord des Zollkreuzers zurück. Perfekt. Also für mich war es perfekt. Ich habe mich in diesen Korb gesetzt. Ich habe mich sogar tatsächlich wohl gefühlt in diesen Korb, was ich erst nicht gedacht habe, weil ich bisher immer nur mit Schlinge hochgeholt worden bin. Wunderbar, die haben da ganz professionelle Arbeit geleistet da oben, auch hier an Deck. Das ist ein Zollvideo eines dramatischen Rettungseinsatzes. Der Skipper hatte auf seiner Segeljacht einen schweren Unfall und war nicht mehr bei Bewusstsein. Das Rettungsteam der Borkum hat ihn an Bord geholt, erst versorgt und auf einen Stretcher geschnallt. Dieser kommt bei Schwerverletzten zum Einsatz, die nur im Liegen transportiert werden können. Um für solche Fälle gerüstet zu sein, trainieren die Besatzung des Zollkreuzers Borkum und die Marineflieger regelmäßig Einsätze wie heute. Zolleinsatzgebiet Hamburger Hafen. Hier liegen jährlich mehr als 8500 Schiffe aus der ganzen Welt an. Das Zollboot Oevelgönne ist eines von vier Hafenbooten, das den mit rund 7000 Hektar größten deutschen Seehafen überwacht. Das Kommando an Bord hat Tobias Wilfing. Wir machen hier die Grenzaufsicht, denn auf der Elbe kommen ja Schiffe von Übersee rein, die nicht angemeldet waren, mitbringen, auch Schmuggelgut zum Teil. Wir machen Schiffsdurchsuchungen und Bewachung der Außengrenze der Bundesrepublik. Die Oevelgönne ist 17 Meter lang und viereinhalb Meter breit. Das Hafenboot wurde 1988 in Dienst gestellt und vor kurzem komplett überholt. Die zwei je 430 PS starken 12-Zylinder-Dieselmotoren beschleunigen das Boot bis auf maximal 23 Knoten. Das sind rund 42 kmh. Für den Einsatz im Hamburger Hafen reicht das allemal aus. Hier pass auf, Backbordseite, Schlepper. Der Schlepper will jetzt so pilen, denke ich mal. Aber den lassen wir so durch. Gehen wir ein bisschen rüber, genau. Ja, hier im Hamburger Hafen ist immer was los. Hier sind Schlepper, Backkassen, Großschiffe. Es ist teilweise Wahnsinn. Die Beamten halten Ausschau nach allem, was irgendwie ungewöhnlich ist. Aber zieht der was raus, oder was? Das ist schon komisch. Was macht der denn da? Ein Matrose hängt frei schwebend an einer Strickleiter über dem Wasser. Ja, der Seemann versucht da wahrscheinlich gerade eine verlorengegangene Leine wieder an die Lotsenleiter zu knüpfen. Der Lotse geht da jetzt ran. Unverdächtig also. Die Männer setzen ihre Streifenfahrt fort. Als nächstes nehmen sie einen Containerriesen ins Visier. Ja, wir beobachten jetzt das Einlaufen des Schiffes hier, was von See kommt. Da wir schon mehrfach ja auch Schmuggelgut im Wasser gefunden haben. Und wir müssen davon ausgehen, dass das Schmuggelgut von den Schiffen runtergeschmissen wird. Vielleicht sogar mit Sendern dran. Und dann werden eventuell kleine Boote kommen, das Ganze einsammeln und ins Schmuggelversteck bringen. Die Besatzung des Zollbootes beobachtet das Schiff so lange, bis es angelegt hat und die Kollegen an Land übernehmen. Bei verdächtigen Schiffen funktioniert diese Überwachungskette lückenlos. Ja, hier in Hamburg wird hauptsächlich beim Hafen das Kokain geschmuggelt. Das kommt mit den Schiffen aus Übersee, aus Südamerika. Heroin kommt ja eher aus dem Nahen Osten. Das kommt mit dem Lastwagen. Also wie gesagt, Kokain. Wir haben letztes Jahr ungefähr 3,8 Tonnen gefunden. Und wenn man sich vorstellt, dass das einen Straßenverkaufswert hat von rund 850 Millionen Euro, könnte man vergleichen mit dem Bau der Elbphilharmonie hier in Hamburg, die ungefähr den gleichen Betrag gekostet hat. Diese 3,8 Tonnen Kokain waren der größte Aufgriff, den der Zoll in Deutschland jemals gemacht hat. Der Stoff war in Containern aus Südamerika versteckt. Ja, das könnte ja da ganz hinten sein. Die Besatzung der Übelgönner hat den Auftrag bekommen, ein Schiff zu durchsuchen. Die Schiffe, die hier nach Hamburg kommen, die sind vorher bekannt. Auch ihr Fahrtgebiet ist vorher bekannt. Und dieses Schiff, wo wir rauf wollen, das kommt aus Richtung Südamerika, was für uns natürlich eine Schmuggelvermutung rechtfertigt. Das Zollboot hat zwölf Mann Besatzung an Bord. Zwei Beamte bleiben als Wache zurück, die anderen zehn werden jetzt das Containerschiff durchsuchen. Der Ozeanriese läuft unter asiatischer Flagge. Er ist 210 Meter lang, 30 Meter breit und kann Container mit einem Gewicht von insgesamt 35.000 Tonnen transportieren. Für das Kontrollteam eine Herausforderung. Naja, die Schwierigkeit ist die schiere Größe, die das hat. Das ist ja wie eine große Industrieanlage. Hier gibt es ja tausend Möglichkeiten, irgendwo was zu verstecken. Wir können nicht alles angucken. Aber wir versuchen gezielt vorzugehen und uns daran zu orientieren, wo wir beim letzten Mal was gefunden haben. Die Zöllner versammeln sich zur Einsatzbesprechung im Chips-Office. So einmal zur Einteilung. Udo, du gehst mit deiner Truppe in den Maschinenraum. Andreas, du gehst zum Vorschiff, einmal Bosens Zorn und was du da alles findest. Und wir gehen hoch auf die Brücke und machen dann außen am Aufbau. Tobias Wilfing und Mirko Albrecht nehmen sich als erstes die Kommandobrücke vor. Weil das Schiff am Kai liegt und entladen wird, ist die Brücke unbesetzt. Die Beamten können sich in aller Ruhe umsehen. Wir suchen jetzt hier nach Zigaretten und alles, was hier so zu finden ist. Drogen natürlich. Und die können uns hier überbegegnen. In rauen Mengen bis in den Tonnenbereich oder auch in kleinen Mengen im Kilo-Bereich. Das interessiert uns alles. Hier haben wir noch ein Schränkchen. Alle Signalflaggen, die das Schiff so braucht. Gut, dann schlage ich vor. Dann gehen wir außen runter einmal zu den Rettungsbooten. Der Zoll im Hamburger Hafen durchsucht zehn Schiffe am Tag. Die Schmuggler bevorzugen Verstecke, die leicht zugänglich sind, in denen die Drogen aber trotzdem nicht auf den ersten Blick entdeckt werden. Willi, du sicherst mich. Ich gehe rein. Dieses Rettungsboot soll das Überleben der Mannschaft sichern, falls das Schiff sinkt. Mirko Albrecht untersucht die Stauräume mit dem Endoskop. Jetzt kann man hier schön sehen, kann man einmal rumgehen. Was sich innen drin befindet. Getränke, Behältnisse, beziehungsweise kann die Wände einmal komplett ableuchten. Ist natürlich auch ein gutes Versteck, um da BDM, Alkohol oder Zigaretten zu verstecken. Das Rettungsboot ist sauber. Die Zollbeamten machen sich jetzt auf den Weg in den Maschinenraum. Dort sind bereits andere Kollegen zu Gange. Die gewaltige Antriebsanlage des Containerschiffs ist mehrere Stockwerke groß. Für die Beamten ist es die Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Jetzt können wir wieder hoch, ne? Nach zweieinhalb Stunden ist die Schiffsdurchsuchung beendet. Die Aktion verläuft ohne Aufgriff. Ist natürlich nicht einfach, aber trotzdem hat man ja auch seine Erfolge. Und davon zehrt man auch ein bisschen. Und motiviert sich dann jedes Mal wieder aufs Neue, dass man da wirklich mit Elan und Engagement rangeht. Es verlangt viel Arbeit und Fleiß, um die Drogenschmuggler zur Strecke zu bringen. Doch die regelmäßigen Erfolge zeigen, dass sich der Einsatz lohnt. Zurück auf dem Zollkreuzer Borkum in der Nordsee. Auf der Kommandobrücke hat der erste Offizier die Wache. Ein Frachter treibt mit abgestellter Maschine in einem Gebiet, in dem Schiffe auf ihre Einfahrterlaubnis nach Bremerhaven warten. Das Zollschiff greift jetzt in seiner Funktion als Schifffahrtspolizei ein. Deutsche Küstenwache, ich höre. Ich wollte Sie fragen, was Sie hier machen. Warten Sie auf den Lotsen? Ja, ich warte hier auf Informationen vom Lotsen. Es ist alles bereit. In fünf Minuten geht es weiter. Okay, verstanden. Danke. Das ist ein Containerschiff von ***. Jetzt hier nicht vor Anker liegt, wie er es eigentlich erst sollte. Der hat sich das Anker-Manöver gespart und wartet jetzt hier auf den Lotsen, einfach nur treibend. Jetzt schmeißt er gerade seine Maschine an und läuft die Lotsenposition an. Und der wird jetzt direkt nach Bremerhaven fahren. Der Frachter muss in diesem Gebiet entweder ankern oder weiterfahren. Daran hat ihn das Zollschiff freundlich erinnert. Auf ihrem Monitor können die Offiziere alle wichtigen Informationen über Schiffe abrufen. Alle diese Dreiecke, das sind alles Fahrzeuge. Über dieses sogenannte Automatic Information System kann ich die anklicken. Und das Fahrzeug, was wir eben hatten, das war die ***. Mit Heimathafen Monrovia. Die entsprechenden Informationen, die kann ich hier ablesen. Der Name des Schiffes, die Destination, dort wo er hin möchte. Wann er dort da sein möchte, ist es ein normales Cargo-Schiff. Heißt, er fährt normale Ladung, in diesem Fall Container. Und darüber, über dieses AES-System, kann ich ihn sehr gut identifizieren und eben auch ziemlich gut ansprechen. Nach vier Stunden Wache ist die Schicht des 1NO beendet. Der dritte Offizier kommt zur Ablösung. Olaf Schüler steuert die Borkum zwischen den ankernden Schiffen hindurch. Kontrollfahrt. Wir fahren jetzt einfach nur mal durch und gucken nur mal, welche Fahrzeuge augenfällig sind. Dass irgendwas über Bord gegeben wird oder irgendwas hängt über Bord. Die Schiffe liegen hier im Strom und dann kann man einfach hinter den Schiffen langfahren, wenn jetzt wirklich was über Bord gegeben werden sollte. Und dann kann man das genau zuordnen, welches Fahrzeug was übergeben würde. Das checken wir einfach ab. International agierende Schmugglerbanden werfen Drogen oder anderes Schmuggelgut mit Auftriebskörpern und GPS-Sendern ausgestattet über Bord. Die Komplizen fischen die Ware dann aus dem Wasser. Doch manchmal geht das schief. Und so findet der Zoll immer wieder große Mengen Drogen, die herrenlos irgendwo angeschwemmt werden. So wie in der Elbmündung 15 dieser Taschen mit insgesamt 300 Kilogramm Kokain. Auf einem russischen Fischkutter hat der Zoll 7 Millionen Zigaretten in diesen weißen Paketen sichergestellt. Die Mannschaft war gerade dabei, die Kartons wasserdicht zu verpacken. Damit die Komplizen die Pakete später im Wasser finden, sollten sie mit diesen Selbstbauburien markiert werden. Die Borkum hat zur Bekämpfung des Drogen- und Waffenschmuggels speziell eine eigene Abteilung auf der Kommandobrücke. In dieser Operationszentrale, in diesem Sonderlagerraum, wie man ihn auch nennt, sind Einsatzmittel, Gerätschaften, die unterliegen der Verschlusssachenanweisung. Die dürfen Behördenfremde Personen nicht sehen, weil wir die brauchen eben zur Schmuggelbekämpfung. Und wenn man diese Geräte sehen würde, dann könnte sich die Gegenseite eventuell darauf einstellen und Gegenmaßnahmen ergreifen. Streng geheim also. Zwei Decks tiefer wartet auf die Schmuggler eine Gefängniszelle. Wie man hier sieht, ist eine Koje hier drin, ist eine Waschmöglichkeit drin und eine sehr einfach aufgebaute Toilette. Und eben ganz wichtig für uns, das Fenster ist vergittert, ist eine Kameraüberwachungsmöglichkeit. Leute, die als Straftäter von uns dingfest gemacht worden sind, die nehmen wir in Gewahrsam. Oder wir werden auch teilweise in Amtshilfe tätig, für die Bundespolizei, wie auch immer das angefordert wird. Und diese Leute werden dann eben auf diese Art und Weise von uns verbracht. Auf der Kommandobrücke hat Kapitän Ingolf Kutschiers den Befehl für ein Boardingmanöver erteilt. Der Zollkreuzer hat ein Frachtschiff im Visier. Wir werden jetzt das RIP aussetzen, das Boardungsteam, zwei Kollegen mal absetzen, dass sie mal drüber an Bord gehen und mal nach dem Rechten schauen. Es wird in Fahrt kontrolliert, es bleibt auch in Fahrt. Das RIP hat so viel oder so eine gute Manövriereigenschaft, dass der Innenfahrt an das Fahrzeug anfahren kann. Wir müssen jetzt, da die See von Achtern kommt, ein bisschen mehr Geschwindigkeit haben, dass das RIP sauber von der Bordwand abkommt. Der erste Offizier führt den Kommandotrupp an. Wir werden jetzt gleich eine Kontrolle durchführen, deswegen werden wir uns jetzt aufrüsten. Da ist, dass wir unsere komplette persönliche Schutzausrüstung anlegen. Und im Moment überprüfe ich meine Waffe auf Sicherheit und lade sie, stelle sie in den Zustand, fertig zum Dienstherr. So, und das habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt gegenüber Thomas ein Beinholz da angelegt, weil das für mich im RIP, wenn ich fahre, besser ist fürs Handling. Wir haben meine Dienstwache, ein Reitschaftssprülgerät, Ersatzmagazin, Handfesseln, Taschenlampe. Zusätzlich wieder meine schüsslichere Weste, die ich auch tragen muss bei der Kontrolle zur Eigensicherung. Und natürlich, falls ich ins Wasser falle, noch meinen Auftriebskörper, die Rettungsweste. Die Verantwortung für das Festrumpf-Schlauchboot hat Jan Meiners. Er ist der beste RIP-Pilot an Bord. Meine Aufgabe ist es entsprechend, das Kontrollteam sicher rüber zu bringen und auch wieder sicher zurück. Der weiß ja, dass wir kommen, das müssen wir uns vorher erstmal kenntlich geben, dass wir rüberkommen. Und dann fahre ich da vorsichtig ran, schaue, wie die Möglichkeiten sind, an Bord zu kommen. Wenn eine Lotsenleiter ausgebracht hat, versuche ich da ranzufahren, dass meine Kollegen sicher dann übersteigen können. Okay, geht raus. Abwärts. Der Zoll hat hier draußen in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone weniger Befugnisse als im deutschen Hoheitsgebiet innerhalb der 12-Meilen-Zone. Die Kontrolle von verbrauchsteuerpflichtigen Waren, wie zum Beispiel Alkohol und Kaffee, wird in den Häfen durchgeführt, da ein Schiff angelegt haben muss, damit er steuerpflichtig ist. Auf offener See können die Beamten nur dann operieren, wenn es um den Verdacht auf Drogen- oder Waffenschmuggel oder andere schwere Straftaten geht. Jan Meiners hält das RIP in voller Fahrt auf gleicher Höhe neben dem Frachter. Das Boarding-Team kann übersetzen. Während sich das Boarding-Team zuerst beim Kapitän auf der Brücke anmeldet und das Schiff kontrolliert, fährt das RIP parallel und sichert den Einsatz. Immer wieder präsentiert der Zoll spektakuläre Aufgriffe. So hat die Besatzung der Borkum auf diesem Fracht aus Brasilien eine große Menge Kokain sichergestellt. Der Schiff war über Le Havre in Frankreich nach Hamburg unterwegs. Der Stoff war hinter den Maschinenklappen im Motorraum von vier Traktoren versteckt. Insgesamt 108 Kilogramm. Straßenverkaufspreis rund 10 Millionen Euro. Regelmäßig gibt die Zollverhandlung der Borkum heiße Tipps zu verdächtigen Schiffen. Der Zollkreuzer überprüft sie dann auf See. Wenn ich jetzt ein Schiff habe, wo ich weiß, dass Droge drauf sind oder ich den Verdacht habe, dann fahren wir hinterher und observieren. Wir haben Radar-Observierungen, wir können diverse andere optische, technische Einrichtungen, die uns in die Lage versetzen, die Schiffe auch abgesetzt zu beobachten. Das heißt, sie merken gar nicht, dass sie beobachtet werden. Solange bis ein Kontrollteam des Zoll an Bord erscheint. Das Boarding-Manöver ist immer ein Stück weit riskant, vor allem bei rauer See. Doch die Mannschaft des Zollkreuzers ist hervorragend trainiert, sodass es praktisch nie zu Unfällen kommt. Das RIP heißt Klaas Ohm, was auf Ostfriesisch Nikolaus bedeutet. Denn der heilige Nikolaus von Myra wird seit Jahrhunderten von Seeleuten als Schutzpatron verehrt. Alles gut gelaufen, tauberes Manöver, Kontrolle OB, wie wir sagen, ohne Befund, alle wieder zurück und jetzt können wir zurück, was gibt's. Die unerschrockenen Männer vom Wasserzoll. Sie jagen die Schmuggler auf hoher See, bei Wind und bei Wetter. Immer im Einsatz für Deutschland.